ja ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren folge von der last of us part one wir sind ja letztes mal hier stehen geblieben zugegeben ist schon wenig her und wenn jetzt hier mal schauen ob wir hier nicht noch weitere sachen finden die wir vielleicht gebrauchen können zum beispiel das hier nein brauchen wirklich nicht schauen jetzt mal hier noch zu holen gibt für uns viele menge drin zu sein ist nicht nur für uns aber dass das ist voll sehr gut hier noch was nicht so da ist noch was das scheint was zu sein jede menge war alles gebrauchen alle schubladen durchwühlen muss sein aber ein kleines nicht mehr für uns wert was ist hier noch drin doch war noch man weiß nie wann man das braucht für durch ich kann aber wieder raus gehen zu ellie ist sie überhaupt die sich denn jetzt schon wieder rum mädel kann man auch keine fünf minuten alleine lassen die leute die wir jenseits befördert haben doch und war alles gebraucht das war mal zu sehen dass wir hier mal irgendwie weiter kommen da hinten ist ellie sehr gut auch nicht weiter zu gehen da na los okay versuch es mit irgendwas aufzuhebeln ähm hier drin ist echt ziemlich krasses zeug ellie gut so dann schauen wir uns immer so ein bisschen okay 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 Jetzt schauen wir mal weiter. Erledigt. Okay, 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 ja, das war, guck mal weiter. Okay. So. Es geht noch zu keinen Sprengstoff an. Gut, dann ist das so. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann, es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Das ist ne Idee. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenn beide Seiten. Oh. Und, äh, bringst du viele Unschuldige um? Na. Das heißt dann wohl ja. Versteh's wie du willst. Jetzt komm. Dann komm. Ja. Ich meine, wir sind im Verwett. Ja, ich bin dein Vater. Ja, ich bin dein Vater. Deshalb. die mit raus oder da rein was haben wir denn das wort verbessern können wir machen das ist sehr sehr wichtig sehr schön haben wir das auch können wir magazin kapazität erhöhen auch das ist wichtig desto mehr kugeln können wir das wäre munition aber ja natürlich doch damit durch haben wir nichts zu machen anscheinend haben wir nichts gut dann sind wir durch definitiv so drücke beim ziehen um den zielfährer zu benutzen gut dann gehen wir raus ich glaube nicht dass die infiziert waren wie kann ich noch mal meine waffe wechseln wie ging das denn noch ich will die waffe nicht ich will nicht den bogen ich will was anderes mach's doch so haben wir doch sehr schön können wir weiter gehen wir hier die treppe hoch okay da ist die brücke da kommen wir raus langsam wart auf mich ich bin hier wie wäre es wenn ich vor gehe und dann nicht so laut auch gut noch was womit du mich wahnsinnig schafft freigeschaltet sehr schön gut raus hier raus hier ein Ende los zu was war hier los waren das Jäger waren das auch Hunter süß und nein ich tippe auf das Militär warum wurden so viele getötet nicht genug Platz für alle also tötet man sie und Tote werden nicht infiziert man opfert einige und rettet viele das ist doch scheiße ja beten wir zum Himmel dass es bei uns niemals ausspricht was war das ich weiß nicht Heli Deckung Heli runter du hast deinen ganzen Schwarm nichts getroffen ich treff dich gleich du bist ja echt sauer wenn du Nachhilfe brauchst helfe ich dir gerne damit lass mich in Ruhe wo sind sie denn die sollten hier sein die sind beim Highway unterwegs würde mich nicht wundern wenn sie Eindringlingen begegnet sind das ist eine Goldmine Goldlachspelze vielleicht können wir etwas plündern während wir warten hier gibt's nichts gehen wir weiter scheiß drauf ich warte nicht länger lasst uns nachsehen was die machen die machen den scheiß jedes mal ich schwöre man wenn die uns schon wieder hinhalten ja was machst du dann was ab ich warte ich warte die machen die angst ist die Stadt denn voll von ihnen sieht ganz so aus zur Brücke ist es noch weit wir schaffen das ein Kontrollpunkt ohne Soldaten so sehen die meisten Zonen aus der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen ich höre Hunter ja ich auch sei einfach leise solange wir noch hier sind ok wir haben die ganze Nacht Eindringlinge gelernt oh ja da hast du mitgemacht hab davon gehört ja das eine Mädel wollte einfach nicht aufgeben sie hatte echt verdammt viel Energie es hat ein paar Minuten gedauert die anderen zu erledigen und 5 Stunden um sie zu erwischen Joel da danke manchmal muss man sich's echt verdienen ja vielleicht wir wollten gerade aufgeben als sie angefangen hat zu schießen nämlich sie hätte entkommen können zwei haben sie geschäftigt ich habe mein Gewirr geschnappt und sie ins Visier genommen BANG oh scheiß der Boss sagt dass wir bald expandieren können neuer Anführer der gleiche scheiß naja er sagt jetzt wo genug Leute auf die Ausgänge aufpassen können wir uns ausweiten und was genau wird uns das bringen ich weiß nicht vielleicht finden wir Treibstoff für die Generatoren ich will einen alten Projektor reparieren Filme anschauen oder so das wird nie passieren das wird nie passieren ich hab das Expansionsgeschwätz schon oft gehört und wenn wir es versuchen werden verdammt viele von uns getötet ach wer weiß vielleicht läuft es anders freu dich nicht zu früh darauf Kleiner so lebst du länger da drüben es ist wie du w w w w w Sind wir überhaupt lang? Nächster Fall geht es anscheinend nicht lang. Die sind ja überall. 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 Mein Gott, lauf doch! Scheiße. Ich hab mich leider erwischt. Scheiße. Da links! Schnappen! Diese Regale! Scheiße! Achtung! Ich glaub, du spielst langsam. Du wirst brennen! Okay! Nicht verlieren! Ist er da drüben? Er ist weg! Er hat eine Waffe! Werteilen! Er darf nicht entkommen! Er ist weg! 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 Auch Munition? Verdammt. Nicht hier drüben! Ich bin gleich fett. So, und ob wir hier weiterkommen, das seht ihr dann in einem anderen Video. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss für heute. Speichern das Spiel ab und dann war es das fürs Erste. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Ciao, Servus und Tschüss, euer Dittany Spieters, bye bye.